Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit Persona 5 Royal. Ich denke die Aufnahme jetzt glatt an der letzten ran. Wir werden jetzt, das werden wir, weil wir uns jetzt in den Dungeon wagen. A treasure is the physical form of the palace ruler's distorted desires. In other words, it's the core of the palace. Once we steal it, the palace will crumble. I think. Having said all that, even I don't know what Kamoshida's treasure is going to be. And where can we find it? There's no way of knowing that until we go in and find out. But if I had to guess, I'd say he has it locked up somewhere in the depths of the palace. I think I get it now. We just gotta find the treasure, yeah? Pretty much. There's just a lot we won't know until we go in. In any case, our objective is to find the treasure's location somewhere in the palace. Make sure we go about this with time to spare, so we can avoid any unforeseen circumstances. I expect great things from you guys. Verlasst Entwildtieren. Okay, let's go! But damn! Hm? What's up? Nothing. I was just thinking we should choose a codename for you, too. A codename? I'm Skull, he's Joker, and that's Mona. Judging by your costume... I mean, she's got that tail and stuff, so... What do you think? Catgirl. Um, Catgirl! Wait! Is that what you're going to call me from now on? I am so not down with this! What do you want to be called, then? Um, there's something better than just a little cat. Maybe... Panther? That sounds pretty cool, doesn't it? Huh? Why? Cause it sounds more... Roshes? She's a Cougar. Don't call me that! More importantly... Alter, dass die einfach Kügel da vollkommen falsch übersetzt haben mit Puma. Alter Schwede! Also, ich will nicht sagen falsch, vielleicht haben sie das einfach auch wirklich übersetzt. Alright, let's start fresh and get going! It's game time from this point forward. I'll teach you guys the basics of infiltrating a palace as we go. My master would like a word with you. The prisoner has returned! Well done. It seems you have remembered my words. You truly make it worth rehabilitating you. Davon habe ich nie gebeten. Shut your mouth and listen, Inmate! I am not attempting to withhold information from you. The essence of the rehabilitation that you must complete will be explained in due time. Once you encounter allies who share your ideals and discover your place in reality, only then will I explain it all. Such a day should not be far off. This time, I wish to introduce you to the aid we are providing. What does that mean? Due to your potential in wielding the power of the wild card, you can handle more than one persona. That power holds infinite possibilities. We will assist you in nurturing that potential. To that end, we must execute your persona. Do not be alarmed. Personas are personalities that exist within you. Thus, you will only be discarding old personalities to have them be reborn as new ones. By discarding your old identity, you give way to a new one. Hence, we call that process execution. Think of it as the fusion of your personas. To start, select the first persona you wish to fuse. Now, before you select the second persona, allow me to tell you something greatly important. Do you remember how I mentioned forming bonds with confidants? Personas are the power of the heart. The stronger those bonds, the stronger your personas will be. In other words, the effects of your bonds on execution, or fusion, if you will, are quite substantial. When you fuse a persona that shares its arcana with one of your bonds, it will gain great power. This will be a guiding principle for your for-rays into fusion. Try not to forget it. Moreover, there is one thing I must warn you about. You cannot create a persona that surpasses your current level. This is because the resulting persona would be too powerful for you to handle effectively. Now then, check the fusion results and choose a persona that suits your stature. This is the form your new persona is expected to take after fusion. It's possible for them to inherit skills they normally wouldn't gain. These skills and specialties are distinct from one another. Skills are traits that can be passed along through fusion. Select the skills you'd like to inherit. You're sure that this person is acceptable? Yeah, okay. Then let us begin. I am Arsene, the other you who exists within. Though I may disappear this moment, I shall always be at your side. We shall meet again, when your fate reaches its conclusion. Bekünftig werden wir dann diese Exclusions einfach skippen. I am Arsene, the other you are in the dragon! I, Gavion, are you now? I am now your new mask! Set me on, let's go, 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 go! The dragon?! The dragon? Ah, der Wagen vertraute, erweckt die verborgene Kraft deiner Persona. Was meinst du? Was meinst du, der Wagen vertraute, der Wagen vertraute, erweckt die Personas und sie hierher. Erweckt die Personas und sie hierher. Erweckt die Personas und sie weitergeben. Erweckt die Personas noch stärker. Erweckt deine Wagen, wie so, wird eine Integrale Rolle spielen in der Stand gegen Ruin. So dass deine Rehabilitation gut geht, haben wir verschiedene Ritualen zu wählen. Und die Personas und sie hierher. Und auf die Arbeit, die du in die Gelegenheit hast, unsere Master könnte erwecken, die neue Ritualen zu erwähnen. Ich will eine tiefere Bindung zu Egor. Good eye. Good eye. Endlich. Du kannst jetzt die vertrauten Fähigkeit Drittes Auge benutzen. Wenn du Drittes Auge in der echten Welt und im Meta-Universum benutzt, kannst du Dinge sehen, die verborgen sind. Nutze das Dritte Auge, um verschiedene Hinweise zu erhalten. Okay. Okay. Das ist eine Thief-Skille, die einen in ihren 6. Szenen aufzunehmen und sehen, was im Dunkeln geblieben ist. Ich glaube, dass du es jetzt anhandeln kannst. Kannst du dich weiterentwickeln, um die Rehabilitation zu werden. Jetzt dann, wenn du keine Request haben möchtest, werden wir sie anheben. Traude und Fusion und Skill-Erbe wurden zu den Fusion-Tutorials hinzugefügt. Was machst du denn da, Häftling? Du hast jetzt keine Zeit zum rumliegen. Hörer. Sind. Lassen. Bin. Dünner. Erreicht. Bin. Nicht. Doch. Hier. Mitteil. Bitte. Ja. Als. Deine eigenen. Umzukehren. Wenn. Servieta. Samis. Ich habe das Gefühl, dass ich von irgendwoher eine Stimme höre. Es ist mir. Hast du etwas mit mir zu klären? Hör dir deine Zunge, wenn du vor die Meister trittst. Das ist okay. Was kann ich heute für dich tun? Personas? Das ist sehr wichtig. Oh. Ist das, was du willst? Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe. Sieh. Bisschen... Bisschen. Bisschen... Möchte ich was sagen. das ist nicht der original und hier ist das der das ist der obvious von der original ist es ist definitiv die original das ist auch der originale isanagi mich dunkel erinnern dass aufjes weiße haare hatte und dass die protagonisten hat den mit mit langen guckt mal ist das nicht süß die hat hier sogar die die schulchen academy uniform an auch die gold mir gar nicht aufgefallen definitiv dann plötzlich persona 5 das sieht man in roten farben das ist der original orpheus also den der männliche protagonist hat den anderen die weibliche protokollisten aus persona 3 psp ist gar nicht mehr woher ariathne kommt sicher aus einem persona 1 oder 2 teilen definitiv ist hier dann das thema aber bei den picaros das ist natürlich der antagonist aus persona 4 also die böse version von von isanagi jene war oh hilfe ich glaube persona 3 ich glaube das war sogar eigis ähm personen also komplett in schwarz sieht echt heilig aus this persona sukiyomi war tatsächlich aus persona 4 ultimate arena das hat da der antagonist gehabt dieses äh dieses tolle ding this persona auch hier wieder natürlich persona 5 beam schwarz und rot das schwarz von der schulchen academy uniform hier sieht man es echt schwer dass das persona 5 beam ist einfach nur abgespaced aus ist erios ist erios oder muss leider passen erios ich kann euch nicht mal sagen aus welchem persona game der stammt es könnte teil 1 oder 2 sein ich kann es euch ehrlich nicht sagen tanathos ist definitiv persona 3 und ich habe tanathos geliebt auch mit raul das ist natürlich die ultimative persona genau so messiah ist die ultimative persona aus p3 raul gibt es nicht ist da wohl unsere ultimate ne unsere ultimate war doch anders aber gut wir haben eine starke persona mit uns äh mitgetraut das sollte erstmal lang hm ich will zurück jahre zurück weil wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen jahre zurück weil wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen das ähm beim ersten mal velvet room die äh der protagonist beziehungsweise die protagonistin einfach stumpf äh stehen bleibt und an der ecke start und die dann sagt hey ist alles ok du hast da einfach so an die wand gestartet ist das wenn meine teamkameraden sah es aus als würde ich mich nicht bewegen so so we start let's head to the safe room we found last time it's in the first floor of the west building it's pretty close to our usual entrance it should be a pretty decent starting point safe room Ich kann jetzt die Schnellreise machen, sonst ist das doch immer toll. Hm? Was ist denn nur hier... Was ist denn nur los hier? Jetzt ist ein Spalt in der Kognition. Ein Schutzraum, wenn du so willst. Ja, ich kapier's immer noch nicht. Oder? Die Details sind mir nicht ganz klar, aber es ist ein Ort, an dem Schatten uns nicht finden können. Hm, mit sowas hätte ich hier nicht gerechnet. Und was tun wir jetzt in diesem Schutzraum? Uns ausruhen, Mensch. Ach ja, und Sachen besprechen. Okay, in dem Raum kann man sich also ausruhen und Pläne schmieden. Hab's verstanden. Dann ruhe ich mich besser aus... äh, besser auch etwas aus. Sag Bescheid, wenn wir weitergehen, Joker. Ah, und wo wir vom Schutzraum reden, fällt mir ein. Das ist für dich. Du kannst es nur an sicheren Orten einsetzen. Es beseitigt die gesamte Erschöpfung aus unseren Kämpfen. Wir lassen dich entscheiden, wann du es einsetzen willst. Du findest schon den richtigen Zeitpunkt. Okay. Wie sieht der Plan aus, Joker? Hm, weiterergründen. Oh, wir sind fertig. Ah, es ist ganz wild. Wir wissen überhaupt nicht, was uns noch erwartet. Hier, die könnten noch hilfreich sein. Ich habe mit meinem Werkzeug getragen, mein persönliches Befriedenheitssiegel. Setze sie weißer ein, klar? Ja? Ich hab jetzt endlich... Nee. Ich bin ja... Das war's gut. Schau mir deine falsche Form! Ich möchte einfach nur als Sehnen hören. Erstmal ist noch ein bisschen Eskrielsparen angesagt. Oh, oh. Den muss ich kaum sehen. Oh, oh. Den muss ich kaum sehen. Oh, oh. Oh, oh. Das ist der letzte Punkt. Was ist das? Loser! Eine spektakuläre Begegnung! Okay. Wir haben das geschlossen. Lasst uns gehen. Die von da hinten? Wir haben den Hammer, den noch gesehen. Ich bin dem Tima als Pishbon. Da kann ich immer, das ist Klein-Poppies. Vielleicht macht es mir Angst. Let's kiss him. Ah, okay, da geht's schon weit. Verdammt, hier ist auch einer. Da wir unser Team nun erweitert haben, können wir das Ding angehen. Das Ding? Eine Möglichkeit für uns im Kampf, die Oberhand zu gewinnen. Es nennt sich Übergabe. Warte, ich zeige dir einfach während des Kampfes gegen den Schatten, was ich meine. Ich werde deine true Form verheben. Okay. 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 Use this opportunity to Baton Pass and swap your turn with someone else. Okay, your turn. Okay. Okay. Strike the enemy's weakness and give the Baton Pass a try. Alright. The Baton Pass made you stronger. Damn. Alright. Pass the Baton and follow up. Go ahead. Now there's a Baton Pass. Let's go, alright. Persona! 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 Nice one. Keep it up! You actually fell back. Persona, we are in your charge! Let's keep pushing! Persona! Yeah! Yeah! Nice going! Nice going! Oh, sehrige Teamarbeit. Ich wusste, ihr würde das schaffen. Die eigene Fähigkeit verbessert. Verbessern ist wichtig. Aber richtiger als Team kämpfen zu können, ist wichtiger. Indem wir uns besser koordinieren, können wir den Kampf kontrollieren. Die Übergabe hilft da ungemein. Hier ist das dritte Auge. Wieder aufgefunden. Oh, das klingt wirklich verdammt cool. Hey, das ist doch kein Film. Joker, mit deinem Auftreten müsstest du das hinkriegen können. Versuch's mal. Oh, endlich. Endlich. Versuch's. I'll reveal your true form. Poof. Let's go, Captain. Two more. You need to beat it. Go, give me more. It's not over yet. Versuch's. You need to beat it. Go, give me more. One more. This is it. This thug sucks. Take my time. Here it comes. Second operative's up next. Your power keeps rising. Who's next? A spectacular victory. All right. Wow, damn. Ja, das funktioniert perfekt. Das war unglaublich cool. Solange wir uns verstecken, können die uns nicht finden. Right. Genau. Solange wir untertauchen, werden uns die Gegner nicht einmal bemerken. Und während wir uns verstecken, können wir unseren nächsten Angriff vorbereiten. Was immer sehr witzig ist, weil die Gegner ständig an einem Vorbeirennen. Selbst wenn ich den hier machen würde, würde der Gegner das nicht mal merken. Okay. Ähm, reden. Gleich mit dem Geld. Da ist eine Pixie in dir. Toll, ich werde euch beide anfeuern. Oh, du wolltest Geld? Ich hoffe, das ist genug. So gut? Du bist ja leicht zufriedenzustellen. Oh ja, ich sollte dir sagen, du wirst König Kamoshida niemals besiegen. Sollten wir halt nicht zu oft machen, sowas, weil das kann uns sehr schnell ein SP-Cush. Sollten wir ja nicht zufriedenzustellen. Sollten wir ja nicht zufriedenzustellen. Sollten wir ja nicht zufriedenzustellen. Ja, ich werde auch nicht zufriedenzustellen. Wo ist das, weil das so hervorstach? Oder das war in... Das war in der... In der... In der Persona 5, äh, P4... P4, äh, P4, weil Blumen war das nicht gelöst. Das ist also Enhanced Graphic. Wir werden auch heute nicht den ganzen Dunschen schaffen. Wir gucken, dass wir, äh, bis zum... Bis zum nächsten kommen. Und dann... Sieh mal, da drin ist was, Joker. Aber die Stäbe blockieren uns den Weg. Wenn er das so stark schützt, muss es wichtig sein. Das heißt, es gibt einen Weg hinein und heraus. Joker, meinst du, du kannst das Rätsel dieses Raumes lösen? Dabei kommt dir deine Beobachtungsgabe sicher zugute. Oh, das ist der Grundschirm. Oh, das ist der Grundschirm. Oh, das ist der Grundschirm. Oh. Er ist der Grundschirm, der Joker. Ich muss mal kurz in die Einstellung gehen. Es geht mir langsam nicht immer und wie sagt, dass der das wirklich automatisch macht, ähm. Oh, der Geschwindigkeit ein bisschen langsamer, finde ich auch ganz neu. Oh, besser. Ja. Oh, das war nämlich ein bisschen zu schnell für mich. Hm. Was zur Hölle? Alles verrammelt bis zum Gehtnichtmehr und dann war es nichts als eine alte Karte? Du bist unglaublich. Ist dir denn nicht klar, wie wichtig eine Karte ist? Damit erfahren wir mehr über die Topografie des Palastes. Ähm, das ist für einen Phantomdieb ein Muss. Damit können wir viel besser eine Route sichern. Moment mal. Steht da drauf, wo der Schatz ist? Oh, die Karte ist anscheinend unverständlich. Vielleicht gibt es noch mehr davon. Na schön, überprüfen wir, was wir, äh, was wir können. Wahrscheinlich finden wir unterwegs eine weitere Karte. So. Aber nur wahrscheinlich. Aber schön, dass Lavenza oder, oder ihre Spuren halt jetzt hier weg sind. Ich bin ja noch mal vorbeiguscht und hab Börder gemacht. Ich werde deine true Formen zeigen. Jetzt ist unsere Chance zu strühen. Persona! Wir werden uns zu beaten. Go, gib mir mehr! Persona! Hold on. Two Enemies remaining. Don't let your guard down. One more! Das ist es! Only one more. Let's go! Get off! There, mine! You powered up from the Koranacast! Dance, Carmelo! Hm. Nice work, Team! Ah, das waren drei Minuten. Ich muss bis zum nächsten Schatz rein. 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 Dann kann man die Folge beenden. Also bis dahin. Es wird dann also eine etwas längere Folge. Okay. Also eine etwas längere Folge. Ich kann es fühlen. Ich habe eine Schade, Joker. Show me your true Form. All right. The best move is our. Persona! Let's go, Captain! We need to speed it! Go, gib mir more! All right. Pass the baton and follow up! Zoro! Now, Kuma Brock! Persona! What if you can do that? Who's next? Stylish? Okay. A stylish victory! Mal kurz gucken, ob ich was übersehen habe hier, aber bis auf, dass die Fenster hier so übelst blinky-blinky sind. Das ist nervig. Es ist irgendwoク. Es ist irgendwo! Ah, hier. Und hier. Ich muss hier die Kamera nicht mehr drehen, das ist noch ein bisschen... ...weiden, weil die Kamera sich hier lieber selber dreht. Ich kann es sehen. Oh, verschlossen. Mir wird ein Dietrich benötigt. Wir haben elf davon, willst du ihn verwenden? Gut, wir öffnen. Wache, Rüste. Wir haben einen Schatz entdeckt. Wir haben einen Schatz entdeckt. Und dein Profil, der ist perfekt. Denn hier rühren wir uns aus. So, aber wir können direkt hierher zurückkommen, wenn wir wollen. Nee, wir können jetzt hier erst mal speichern, weil wir sind noch nicht mit unserer Erkundung fertig. Wir haben noch genug Power. Wie seid ihr denn so, als ihr Persona gespielt habt, mit dem Battle-Modus und so klargekommen? Und mit dem Schleich-Modus? Wie findet ihr das allgemein? Lasst es gerne in den Kommentaren da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, vergesst nicht Glocke zu drücken und Like da zu lassen. Verges bildet... Ach, Ihr kennt den Kletterer-Datsch, Also, wenn Ihr noch nicht abonniert habt, dann definitiv Abo da,�n sie sich protectieren… W programa! Wird mich sehr freuen, hilft mir in meinem Kanal und Daumen nach oben hilft, so wie so immer. In diesem Sinne, Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal... Tschüüüüüüüüüüü.